Was ist eigentlich WASH? WASH bedeutet ausgesprochen Water, Sanitation and Hygiene. Der Begriff beschreibt das notwendige Zusammenwirken von Maßnahmen im Bereich Wasserversorgung, der Erbauung sanitärer Anlagen und der Schulung in Hygiene. Nur das Zusammenwirken dieser drei Maßnahmen kann für gesunde Lebensumstände garantieren. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung ist ein Menschenrecht. Beides ist unabdingbar, um Hunger und Armut zu überwinden. In vielen Ländern ist dieses Menschenrecht jedoch nicht eingelöst. Zusammen mit ihren Partnern setzt sich die Welthungerhilfe in Afrika, Asien und Lateinamerika für eine nachhaltige Trinkwasser- und Sanitärversorgung ein, die allen Nutzern gleichberechtigt und dauerhaft zur Verfügung steht. Durch die Durchführung von Hygienemaßnahmen unterstützt sie Menschen dabei, ihre Gesundheit besser zu schützen. Durch die Förderung der WASH-Initiative der Welthungerhilfe helfen sie uns, Gelder gezielt einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Welthungerhilfe. Jede Unterstützung zählt. Ich wünsche mich zum nächsten Mal. Ich wünsche dir den Jackz. Yo-Ch Ferm.